Hallo und herzlich willkommen bei Crystal's Delicious. Heute eine Woche vor Weihnachten habe ich für euch die perfekte Last-Minute-Geschenk-Idee. Die ist ganz einfach herzustellen. Ihr seht schon im Hintergrund, eine Variante ist mit Mr. Airfry und natürlich auch eine ohne für diejenigen, die kein Mr. Airfry haben zu Hause. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Zugucken. Variante Nummer 1, die machen wir im Mr. Airfry, weil die einfach super einfach ist. Dafür nehmen wir uns einfach die Fruchtlederform. Da können wir nämlich schöne, klare Stifte drin zubereiten. Und wir haben auch noch die Auswahl von 5 verschiedenen Schokosorten und können die dann so individuell gestalten. Und das sieht auch in der Geschenktüte super schön aus. Ich habe das Rezept natürlich schon getestet, um einfach für mich auch festzustellen, ob ich mit dem Ergebnis zufrieden bin. Denn die Gefahr im Backofen ist natürlich immer, dass die Schoki zu heiß wird. Und das richtige Temperieren fällt dann natürlich aus. Also ehrlich gesagt, die schnellere Variante ist definitiv die Wasserbad-Variante und die einfachere einfach die Mr. Airfry bzw. Backofen-Variante. Ich würde sagen, ich zeige euch schon mal, was wir dazu brauchen. Und dann starten wir auch direkt los. Also hier habe ich mir schon mal die Fruchtlederförmchen hingestellt. Ihr seht, da kriegt man die schönen, geraden Stifte raus. Ein Tipp von mir schon mal. Es ist auf jeden Fall einfacher, wenn man pro Teil eine Schokosorte verwendet. Denn beim Streichen kann es dann immer passieren. Oder wenn man das hier kunterbunt mischt und zum Beispiel weiß und zartbitter hat, will man ja nicht, dass die sich miteinander vermischen. Und dann ist es einfacher, wenn man einfach eine Sorte pro Blech hat. Für die Schokisorten habe ich mir einfach schon mal alle hier rausgestellt. Also hier ist einmal die Rubbi-Schokolade, das ist die rosane. Zartbitter, Vollmilch, Karamell und weiße Schokolade. Wer jetzt die Schoketten-Variante benutzt, der verteilt jetzt einfach fünf Schoketten. Da kann man es natürlich auch, wenn man eine bunte Schokoriegel haben will, kann man da auch dunkel mit hell, Karamell und alles Mögliche mischen. Und in den Förmchen braucht man mindestens 22 Gramm. Ich habe das beim ersten Mal wirklich abgewogen, aber eigentlich kriegt man da ein ziemlich gutes Augenmaß hin. Denn es ist eigentlich nur wichtig, dass die Form voll mit Schoki ist. Natürlich nicht zu voll, ich zeige euch das gleich. Also so sollte alles schön belegt sein. Ihr seht, man seht kaum frei im Boden. Und dann bereite ich gleich schon mal das zweite Blech zu. Denn in Mr. Airfry können wir zwei gleichzeitig reinschieben. So, dann machen wir mal den Mr. Airfry auf. Die Fläche hole ich jetzt raus. Und dann verteilen wir die Schoki einfach nur einen unten und einen oben hin. So, und dann stellen wir den Airfry einmal auf Koste. 20 Minuten und dann drückt man hier einmal drauf und geht mit der Temperatur runter auf 50. Und das Schöne übrigens ist, jetzt drücken wir gleich einfach drauf, dann startet er schon direkt. Das Schöne ist, dass er nach 10 Minuten piepst und dann tauschen wir die zwei einfach aus. In der Zwischenzeit könnt ihr schon mal, habe ich jetzt hier sehen, das dritte Blech vorbereitet für den Airfryer. Einmal mit weißer Schoki und Karamell, auch super lecker. Und dann mache ich noch eine Variante im Backofen. Und habe jetzt einfach Vollmilchschokolade, weil die hat jetzt auf die nicht mehr gepasst, und habe jetzt hier oben und unten mit weißer Gemisch. Ich weiß ja nicht, wer das von euch kennt von Milka, die Kuhflecken-Schokolade ist ja auch super lecker. Und dann bereite ich gleich nochmal die Streusel vor. So, hier habe ich hier schon mal kleine Mini-Marshmallows und eine ganze Reihe an Zuckerstreuseln vorbereitet. So schaut die Schoki jetzt aus. Richtig schön mit dem ganzen Glitzer. Wer mag, kann natürlich auch noch Glitzerpulver oder sowas drüber streuen. Und dann kommt das Ganze jetzt in den Gefrierern. Ihr seht im Hintergrund, es ist geschafft. Ich habe jetzt alles mit Zuckerstreuseln verteilt. Und wer mag, kann natürlich auch noch Glitzerpulver drauf geben. Das werde ich auf jeden Fall bei der Zartbitter-Variante machen. Das sieht sehr, sehr schön aus und wirkt optisch gut. Bei der Karamell- und Zartbitter-Variante werde ich auf jeden Fall auch die Meersalz-Variante machen. Dann hat man quasi einmal Salted Caramel und auch quasi Zartbitter mit Meersalz. Auch sehr, sehr, sehr lecker. Und dann wandert das Ganze jetzt jeweils einfach in die Gefriertruhe. So härtet es richtig aus und kühlt auch ein bisschen schneller ab. Und man geht auf Nummer sicher, dass es nicht bricht. Wer möchte, dass es bricht oder es nicht schlimm findet, der kann das Ganze natürlich auch einfach in den Kühlschrank machen. Dann ist es nicht ganz so kalt und dann kann es einem leichter passieren, dass es quasi so eine Art Bruchschokolade wird. Also ich mache die anderen jetzt ganz schnell fertig und dann sehen wir uns gleich wieder. So, währenddessen unsere Idee Nummer 1 jetzt erstmal im Kühlschrank und Gefrierer ist und erstmal festfüllt, zeige ich euch jetzt schon mal Idee Nummer 2. Wir machen jetzt eine Engelskränze. Ich weiß ja nicht, wer von euch das eventuell auch schon auf Instagram oder sowas gesehen hat. Ich finde, diese Kränze sehen eigentlich super süß aus und sind total easy zu machen. Wir benötigen einfach nur Salzbrezel und Schoki. Die Schoki schmelze ich jetzt im Wasserbad und zeige euch gleich auch noch, auf was man alles achten sollte, damit da nichts schief geht. Und dann wird das Ganze in der Mitte, wo die Schoki ist, einfach nur mit ein paar Streuseln verziert. Kommt in den Kühlschrank zum Festwerden und dann verpackt man die einfach schön in Tütchen und kann die so verschenken. Ich finde, das ist eine super Idee für Erwachsene. Und ich würde sagen, wir starten schon mal direkt los. Also wir benötigen einfach nur Brezel. Da habe ich jetzt hier Dinkelbrezel ausgewählt. Und hier habe ich jetzt schon mal Schokolade vorbereitet. Ich habe mich jetzt hier für Vollmilch entschieden. Wichtig beim Wasserbad ist eigentlich immer nur, dass die Schüssel, wo die Schokolade drin ist, nicht das Wasser berührt. Denn das ist nämlich viel zu heiß. Wir schmelzen die Schokolade quasi nur mit dem Dampf. Und wenn man das beachtet, kann eigentlich nichts schief gehen. Und dann rührt man natürlich währenddessen die ganze Zeit. Und hier habe ich jetzt so 100 Gramm Schokotropfs. Und hier unten habe ich schon mal 50 Gramm zur Seite gestellt, weil wir das Ganze wieder mit der Impfmethode machen. Das bedeutet, dass man ein Drittel danach einrührt, damit dann die Schokolade richtig untertemperiert wird. Und so verhindert man dann eigentlich einfach nur, dass man keinen Grauschleier hat. Also schmelzen wir jetzt erst einmal die Schokolade. Tschüss. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020